Am Sonntag steht sie also an, die Landtagswahl in Schleswig-Holstein und heute wollen wir ein letztes Mal vor der Wahl auf die Umfrageergebnisse blicken und der Stand der Dinge für dieses Video ist der gestrige Dienstag, also der 3. Mai. Und ihr seht ja, drei Umfrageergebnisse sind für dieses Video von Bedeutung. Wir haben ein Ergebnis von der Forschungsgruppe Wahlen, ein Ergebnis von der Wahlkreisprognose und eines von Infratest DIMAP. Wenn wir zunächst einmal darauf blicken, wer wird denn die Wahl am Sonntag zumindest, was Rang 1 betrifft, gewinnen, dann kann man da schon eine ganz klare Antwort geben. Das wird die CDU werden, da sollte eigentlich nichts anbrennen, da wird auch nichts anbrennen. Die CDU liegt bei den Umfrageergebnissen klar auf Rang 1 mit 38 bis 39 Prozent und das sind nicht nur bessere Werte als 2017, sondern man hat auch einen riesengroßen Vorsprung auf die jeweils zweitplatzierte Partei, das ist bei den Umfrageergebnissen die SPD. 19 Prozentpunkte beträgt der Forschung bei der Forschungsgruppe Wahlen und bei Infratest DIMAP und 20,5 Prozentpunkte sind es sogar bei der Wahlkreisprognose. Also für die CDU wird da nichts mehr anbrennen am Sonntag und das ist natürlich dann gepaart eben mit den Gewinnen im Vergleich zu 2017 auch ein Erfolg für Daniel Günther. Das ist der amtierende Ministerpräsident von der CDU in Schleswig-Holstein und der möchte ja nach der Wahl auch weiter regieren und weiterhin Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sein. Und Daniel Günther, wo wir schon mal bei ihm sind, der genießt hohe Beliebtheitswerte. Bei der Wahlkreisprognose gab es auch noch ein Ergebnis zu der Frage, wen denn die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein direkt zum Ministerpräsidenten wählen würden, wenn sie es denn könnten. Und da haben 65 Prozent für Daniel Günther gestimmt, 14 Prozent dagegen haben gerade mal für Thomas Losse Müller von der SPD gestimmt und 12 Prozent für Monika Heinold von den Grünen. 9 Prozent haben da übrigens für keinen gestimmt, also haben angegeben, dass sie keinen dieser drei zum Ministerpräsidenten wählen würden. Ja, also für die CDU läuft es ziemlich rund. Unrund läuft es dagegen bei den Sozialdemokraten, die bei den Umfrageergebnissen zwar auf Rang 2 kommen, aber auch nicht mehr so weit entfernt sind von den Grünen. Also da könnte noch was anbrennen, was Rang 2 betrifft. Und vor allen Dingen sind die Werte ziemlich schlecht für die SPD. Die 18,5 beziehungsweise 19 Prozent bedeuten nicht nur große Verluste im Vergleich zu 2017, sondern auch einen neuen historischen Tiefststand bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Der bisherige Tiefstwert stammt aus dem Jahr 2009, das waren 25,4 Prozent gewesen. Und dieser Wert wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und Sicherheit von der SPD am Sonntag unterboten werden. Die Frage ist also, reicht es für die SPD zumindest für 20 Prozent, vielleicht 20 plus X, oder wird es wirklich drunter sein, das Ergebnis? Und ja, die zweite Frage wird dann vor allen Dingen auch sein, bleibt die SPD denn auf Rang 2, oder verliert sie diesen zweiten Rang an die Grünen, die ja gar nicht mehr so weit entfernt sind von der SPD? Zwei Prozentpunkte beträgt der Rückstand bei der Forschungsgruppe Wahlen, ein Prozentpunkt dagegen nur bei der Wahlkreisprognose. Na, bei Infrader-Steamup ist der Forschung noch größer bei drei Prozentpunkten, aber, naja, noch ist es nicht ganz entschieden. Aber klar, die Vorteile liegen, was Rang 2 betrifft bei der SPD, das muss man schon so sagen. Die Grünen können aber mit 16 bis 17,5 Prozent einigermaßen zufrieden sein. Ich sage es deswegen mit einigermaßen, weil eigentlich Monika Heinold angetreten ist, bei den Grünen, um Ministerpräsidentin zu werden. Das wird sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht werden. Aber nichtsdestotrotz werden die Grünen mit diesen Werten einen neuen Höchststand erreichen. Bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2012 hatte man das bis dato beste Ergebnis erzielt. Das waren 13,2 Prozent. Bei der FDP ist die Stimmung, wenn man auf die Umfrageergebnisse blickt, nicht sehr gut. Sieben Prozent haben wir hier zweimal stehen, einmal neun Prozent. Das sind klar schlechtere Werte als 2017. Und es besteht die Gefahr, das werden wir nachher sehen, auch aus der Regierung zu fliegen. Die Regierung besteht ja aktuell aus der CDU, den Grünen und der FDP. Also je nachdem, wie schlecht es am Sonntag laufen wird, könnte die Stimmung bei der FDP schon ziemlich schlecht sein. Aber wir schauen mal nachher auf die Koalitionsoptionen und blicken darauf, wie wahrscheinlich es dann ist oder welche Möglichkeit denn existiert, dass die FDP noch Teil der Regierung sein wird nach der Wahl. Ja, hinter der FDP gibt es ein Duell um den fünften Rang zwischen der AfD und dem südschleswigischen Wählerverband. Der große Unterschied zwischen den beiden Parteien ist, dem SSW kann es egal sein, ob man auf 5 Prozent, mehr als 5 Prozent oder unter 5 Prozent kommt. Man ist befreit von der 5-Prozent-Hürde, weil man eine Minderheitenpartei ist. Das heißt, es ist für den SSW gar nicht entscheidend, die 5-Prozent-Hürde zu nehmen. Aber man hat hier 5 Prozent durchgängig, verbessert sich im Vergleich zu 2017 deutlich und könnte mit genau 5 Prozent gegebenenfalls sogar Rang 5 holen. Im Schnitt liegt dann noch die AfD vorne, aber nur weil sie bei der Forschungsgruppe Wahlen ein bisschen besser ist als der südschleswigische Wählerverband. Und für die AfD ist es halt eben schon sehr wichtig, diese 5 Prozent mindestens zu knacken, weil man ja sonst aus dem Landtag fliegen wird und an der 5-Prozent-Hürde scheitern wird. Die Werte, 5 bis 6 Prozent, ja, die liegen so im Umfeld des Landtagsweilergebnisses von 2017. Aber sicher kann die AfD tatsächlich nicht sein, wieder in den Landtag einzuziehen. Deswegen werden wir nachher auch mal auf eine Sitzverteilungsprognose ohne die AfD blicken. Ja, und sicherlich nicht im nächsten Landtag vertreten. Wir werden die Linken sein oder wird die Linke sein. 3 Prozent sind es bei der Forschungsgruppe Wahlen, 2 Prozent bei der Wahlkreisprognose und bei Infratest-DiMAP zählen sie sogar mittlerweile zu den Sonstigen. Deswegen muss man hier bei den Sonstigen auch ein bisschen vorsichtig sein. Bei Infratest-DiMAP zählen nämlich die Stimmen für die Linke schon zu den Sonstigen, bei der Wahlkreisprognose und der Forschungsgruppe Wahlen eben nicht. Da kämen die Sonstigen mit der Linken zusammen auch auf jeweils 8 Prozent. Also was wir festhalten können ist, die Linke wird es wohl nicht in den Landtag schaffen, das ist schon ziemlich klar und die Sonstigen kommen mit den Linken zusammen auf 8 Prozent und hatten letztes Mal mit der Linken zusammen 7,2 Prozent geholt. Und wenn wir jetzt mal diese drei Umfrageergebnisse neben dem Schnittwert bilden und das mal vergleichen mit dem letzten Landtagswahlergebnis, dann sehen wir, dass die CDU den größten Plusbalken hat, aktuell mit plus 6,3 Prozentpunkte. Also Daniel Günther kann da am Sonntag schon ziemlich gut feiern, kann man tatsächlich sagen. Die Grünen kommen auch auf ein sattes Plus. 3,9 Prozentpunkte geht es nach oben aufgrund der Schnittwerte bzw. des Schnittwertes. Der SSW liegt auch klar im positiven Bereich plus 1,7 Prozentpunkte und ja, dann haben wir die Sonstigen und die AfD, die mehr oder weniger das Niveau halten. Bei der AfD, wie gesagt, kann es aber trotzdem dazu führen, dass die Verluste am Ende doch so groß sein werden, dass man es nicht in den Landtag schaffen wird. Aktuell sagt der Schnittwert und sagen alle Umfrageergebnisse, reicht es schon, um einzuziehen, aber es könnte tatsächlich knapp werden. Die FDP liegt schon klar im Minus, minus 3,8 Prozentpunkte und ja, die SPD, die steuert dann doch auf ein Debakel zu minus 8,5 Prozentpunkte sind das aktuell. Ja, und jetzt wollen wir mal auf die Sitzverteilungsprognose und die Koalitionsoptionen schauen. Es gibt 69 Sitze regulär im Landtag in Kiel und die verteilen sich aufgrund der Schnittwerte wie folgt. Die SPD kommt auf 14 Sitze, die Grünen auf 13, der SSW auf 4, die FDP holt 6 Mandate, die CDU kommt auf 28 Sitze und die AfD auf deren 4. Und wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, dann gibt es hier zwei, die grün markiert sind, nämlich das Bündnis aus SPD plus CDU und das Bündnis aus Grünen plus CDU. Die aktuelle Jamaika-Koalition würde aufgrund dieses Ergebnisses hier obsolet werden, also die CDU müsste nicht mehr mit Grünen und FDP zusammen in eine Regierung gehen, es reicht eben auch für CDU und Grüne allein. Aber, und darauf will ich eben hinweisen, es könnte tatsächlich auch für Schwarz-Gelb am Ende reichen. Es sind 34 Sitze aktuell, ja, es reicht eben um einen Sitz nicht, um eine absolute Mehrheit zu haben, aber je nach Wahlergebnis ist das eben drin, dass man doch auf 35 Sitze kommt und dann würde ich sagen, würde Schwarz-Gelb eingegangen werden. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen eben, dass CDU und FDP hier das bevorzugte Bündnis von beiden Parteien wären. Danach würden CDU und Grüne kommen und für dieses Bündnis wird es ja sicher reichen, das heißt die Jamaika-Koalition wird, das kann man jetzt sagen, abgelöst werden, aber die Frage ist, welcher der Koalitionspartner der CDU, also welcher Koalitionspartner, der aktuell mit der CDU koaliert, dann am Ende übrig bleiben wird. Also entweder die FDP oder die Grünen, das Bündnis mit der SPD halte ich dann doch für ziemlich unwahrscheinlich. Sollte es für die AfD tatsächlich nicht zum Einzug in den Landtag reichen, dann ist es so, dass es für Schwarz-Gelb doch ziemlich sicher reichen wird, dann kommt man auf 37 Sitze, da sollte nichts anbrennen. Ja, CDU und Grüne und CDU und SPD gingen natürlich nach wie vor, aber ich denke, dann würden CDU und FDP ein Bündnis eingehen. Die Ampel-Koalition würde im Übrigen wegen eines Sitzes nicht über die absolute Mehrheit verfügen, aber ich glaube auch nicht, dass dieses Bündnis nach der Wahl in Schleswig-Holstein eingegangen werden wird, selbst wenn da eine absolute Mehrheit stehen würde. Ich glaube schon, dass CDU und FDP es dann zusammen machen würden. Das heißt, halten wir mal fest, für Daniel Günther sieht es sehr gut aus, um nicht zu sagen exzellent, um weiterhin Ministerpräsident bleiben zu können. Die CDU kann eigentlich, so wie es aussieht, wohl nicht ausgespielt werden, zumindest wenn die AfD in den Landtag einziehen wird, durch ein anderes Bündnis. Und selbst wenn die AfD es nicht in den Landtag schaffen würde, sieht es nicht so aus, als würde die Ampel sich zusammenfinden können in Schleswig-Holstein. Insofern sieht es also sehr, sehr gut aus für die CDU, auch den Ministerpräsidenten weiterhin stellen zu können. Und die CDU hat dann vielleicht auch die Wahl zwischen den Grünen und der FDP als Koalitionspartner, aber mit den Grünen geht es auf jeden Fall und das würde dann auf jeden Fall auch eingegangen werden, wenn es mit der FDP nicht reichen würde. Sollte es mit der FDP zur absoluten Mehrheit reichen, dann dürfte dieses Bündnis eingegangen werden.